Bertho, da ist ein Gebtz! Bertho, da ist ein Gebtz! Ja mein, da rein! Du hast ja so gepult! Wie gut das riech! Wie sagt das du? Geht's da her, meine ich nicht? Oder geht's da her zum Papa? Geht's da her? Was ist denn mit meine ich nicht? Mhhh! Ah, ich hab das nicht! Ist was? Schau, dass du dich nicht vom Tisch wegschleichst und vermisst Hafer auf zwei Füßen! Kommst dir die manieren im Scheißheißen bei drauf, du g'schlinge da oben drauf und da oben drauf! Herzlich willkommen zu unserem Kurs Bayern für Einsteiger! Unser heutiges Thema Hygiene in Bayern. Da sind Stadi und Bertho am alltäglichen Streit am Mittagstisch. Wir wiederholen noch einmal das eben Gesagte. Kommst dir die manieren im Scheißheißen bei drauf, du g'schlinge da oben drauf und da oben drauf! Aufgepasst! Hier lernen wir einen neuen Begriff. Du g'schlinge da oben drauf und tauchern! Bertho ist also Anhänger einer typischen bayerischen Extremsportart. Ich habe mich doch gewohnt! Was hast du denn? Mei, es ist halt nicht mehr ein Oberganger! Ich wiederhole! Mei, es ist halt nicht mehr ein Oberganger! Zu Deutsch? Ich bin schmutzig! Ich sehe immer so aus! Oh mein! Oh mein, meine Kerle du! Ich halt nicht mehr ein Oberganger! Wie war denn das so? Nächstes mal ein bisschen noch geholfen! Girl, das ist ja für mich alles kein Problem! Was? Nein! Fünf! Oh! 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 Da schau mal, da schau mal, was da ober geht. Ich wiederhole, da schaut einmal, was da ober geht. Zu Deutsch, sieh her, so leicht kann man abnehmen. Zum Vertiefen vielleicht noch einmal. Ich warte. Ich warte. Ich muss noch einmal lochen, ich muss noch einmal lochen. Leider. Ich muss noch einmal lochen. So, ich freu es mir. So kann man dich anschauen, so mag ich dich gern. Du, du bist noch hinten, du bist noch so hochgegangen, du bist noch cool. Schon funktioniert. Also, dann ein Burgen. Also, Bayerisch für Einsteiger. Besuchen Sie auch nächstes Jahr unseren Kurs bei der Arbacher Faschingssitzung hier im Gemeindezentrum Lachwitz. Ole, ole, ole.